Hallo an alle Loxo-Perten da draußen! Willkommen zu einer weiteren Folge der Loxo-Perten Academy. Im letzten Video haben wir uns ja angesehen, was ist denn eigentlich smart? Und im heutigen Teil schauen wir uns gemeinsam an, welche Systeme gibt es eigentlich am Markt und wann macht welches System am meisten Sinn. Viel Spaß! Den anhaltenden Trend des Smart Homes haben mittlerweile sehr viele Firmen aufgegriffen. Auch größere Konzerne steigen in dieses Thema ein. Es gibt zahlreiche verschiedene Ansätze, ein Gebäude smart zu machen. Do-it-yourself-Systeme wie Philips Hue, Sonos, diverse Sprachassistenten bis hin zu Smart-TVs können von den meisten Hausbesitzern selbst montiert und in Betrieb genommen werden. Vielfach sind diese Systeme auf einzelne Themen wie Beleuchtung, Beschattung, Audio usw. spezialisiert. Es gibt aber auch Ansätze, über neue definierte Schnittstellen Produkte miteinander zu vernetzen. IoT, the Internet of Things, also das Internet der Dinge, ist ein bekanntes Beispiel dafür. So lassen sich beispielsweise WLAN-Heizungsthermostate mit anderen smarten Fensterkontakten verknüpfen, um bei geöffneten Fenster die Heizleistung anzupassen. Über die Vor- und Nachteile sprechen wir sofort. Reden wir aber erst über weitere Systeme, die auf KNX basieren. KNX ist ein Standard, ähnlich wie eine Sprache, die über 500 Hersteller nutzen, um untereinander zu kommunizieren. Hier ist man in den meisten Fällen tief in der Elektrik des Hauses unterwegs und meistens installieren das dann auch nur professionelle und spezialisierte Fachfirmen. Als jahrzehntelang erprobter Standard ist KNX neben dem Einfamilienhaus- und Wohnungsbereich auch in vielen Industrieanlagen oder Krankenhäusern, Hotels usw. im Einsatz. Die dritte Variante, auf die wir heute eingehen, sind zentrale Systeme wie beispielsweise Loxon. Hier ist der Miniserver als Gehirn des ganzen Systems und Gebäudes zu verstehen, in dem alle Informationen zentral an einer Stelle zusammenlaufen. Loxon bietet zudem sehr viele Produkte aus dem eigenen Sortiment und kann sowohl für den Neubau als auch für den Nachrüstbereich super eingesetzt werden. Aber welche Vor- und Nachteile haben jetzt diese drei unterschiedlichen Systeme? Gleich einmal vorweg, es gibt keine pauschale Antwort, welches denn das beste Smartroom-System ist. Dieser Vergleich soll dir als echten Loxoperten lediglich dienen, dir eine eigene Meinung zu machen. Starten wir mit den Do-it-yourself-Systemen. Diese sind kostengünstig in der Anschaffung und können vom Hausbewohner nicht nur installiert werden, sondern auch gewartet werden. Ich würde behaupten, ein großer Teil davon ist cloudbasiert und benötigt, um gut zu funktionieren, einen Internetzugriff. Es lassen sich durchaus coole Funktionen realisieren. Allerdings sind diese oft nur oberflächlich ins Gebäude eingebunden. Da ein Eingriff in die Elektrik oder sogar in den Schaltschrank gar nicht das Ziel dieser Systeme ist. Leider gab es in der Vergangenheit einige Beispiele, die eine große Schwäche dieser Systeme aufzeigen. Ich blende euch hier mal ein paar Artikel ein. Hier wurde beispielsweise ein Casino durch ein Aquarium lahmgelegt. Was ist da passiert? Da war ein Produkt, das das Aquarium gesteuert hat, über IoT, Internet of Things, ins Gebäude eingebunden. Und über diese Schwachstelle konnten Einbrecher oder besser gesagt Hacker sich Zugriff ins Netzwerk des Casinos schaffen. Anderes Beispiel, die Maxcloud läuft aus. Das heißt, man kauft sich Produkte eines Systems, installiert die, hat eine App, kann das alles bedienen, aber irgendwann kann es, muss nicht. Es kann passieren, dass der Hersteller irgendwann den Betrieb dieser Cloud einstellt. Dann kann es sein, dass die Produkte weiterhin noch funktionieren, lediglich keine Software-Updates mehr kommen. Es kann aber auch passieren, dass wenn die Cloud generell abgeschaltet wird, dass dann einfach die Produkte alternativlos nicht mehr funktionieren. Oder ein weiteres Beispiel, die Silver Crest App wird abgeschafft. Also macht euch da einfach mal ein eigenes Bild, sucht einmal nach Cloud, abgeschafft, Smart Home auf Google, da findet ihr einige spannende Artikel zu dem Thema. Ich persönlich finde solche Do-It-Yourself-Lösungen für gewisse Insellösungen ganz okay. In einem Neubau würde ich wahrscheinlich nicht darauf setzen, aber wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht in einer WG und rüste das ganze Farblich-Thema-Audio in einem Zimmer nach, oder du bist ein junger Loxuperte und möchtest dein Jugendzimmer etwas aufpeppen, dann finde ich, hat das durchaus von der Kostenseite Installationsaufwand eine gewisse Berechtigung. Aber wie gesagt, wenn ich neu baue, das größte Investment meines Lebenstätiger in ein Gebäude, in mein Zuhause, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht am falschen Ort sparen. Kommen wir auch schon zu KNX. Das zählt ja zu den Urgesteinen der Automatisierungstechnik. Die Projekte, die ich jetzt so im Kopf habe, 20 Jahre zuvor, sind irgendwelche Villenprojekte, wo hochpreisig eine Elektroinstallation eingepflegt wurde. Gewisse Zentralfunktionen, Beschattung im ganzen Haus, Auf-Ab-Beleuchtung im ganzen Haus, ein-Ausschalten bei der Haustür, Wohnzimmer mit solchen Schalterbatterien, das habe ich so ein bisschen im Kopf. Könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, welche KNX-Anlagen ihr denn so kennt. Und der Riesenvorteil dieser 500 Hersteller, die alle die gleiche Sprache benutzen, ist auch gleichzeitig zumindest eine gewisse Einschränkung. Der Vorteil liegt auf der Hand. Dir gefällt ein Bewegungsmelder, ein Taster eines anderen Herstellers einfach optisch besser, dann kannst du diesen zwischen den unterschiedlichen Systemen, also das System ist schon KNX, aber zwischen Jung und Hager und ABB und wie sie alle heißen, kann ich die Produkte untereinander einfach mischen. Also das sind jetzt nur beispielhafte Zahlen. Wenn 100 Hersteller Schalter bauen, wird es da einen gewissen Wettbewerb geben. Die Qualität wird steigen. Die Preise werden dadurch sinken. Es gibt auch unterschiedliche Preiseinstufungen. Es gibt günstige Schalter, mittelpreisige, bis hin zu Schaltern, die 600 Euro kosten. Somit finde ich nicht nur von der Designvielfalt, sondern auch von der Qualität und Preisvielfalt für viele Projekte einfach mehr Auswahl. Allerdings bedeutet diese Standardisierung auch eine Einschränkung, nämlich der Innovation. Stellt euch vor, ihr müsst euch mit 500 Herstellern ausmachen, jetzt bringen wir ein revolutionäres neues Feature. Und das ist ja oft schon schwierig, wenn man mit der Familie, mit den Kindern und der Frau oder Freundin oder beiden diskutiert, was es am Sonntag zum Essen geben soll. Deswegen sind auch die Software-Updates der sogenannten ETS, also die Programmiersoftware der KNX-Welt, in Abständen von mehreren Jahren. Weiters ist diese Software auch für einen jährlichen Betrag, ich glaube von 1000 oder über 1000 Euro erhältlich. Somit ist es für die meisten Privatanwender fürs eigene Gebäude nicht zu empfehlen. Heißt Änderungen oder Anpassungen, die ja im Laufe eines Gebäudelebens durchaus passieren können, sind dann ausschließlich spezialisierten Fachfirmen vorbehalten. Weiters ist auch die Programmierdatei, also das Pendant zur Loxon-Config auf der KNX-Seite, kann ich nicht einfach rausladen. Das heißt, ich muss die unbedingt aufbewahren, weil ich die anders nicht wiederherstellen kann. Das heißt, der Integrator, wenn der die auf dem Laptop hat und der Laptop fällt ihm runter und er hat das nirgendwo gespeichert, dann ist richtig Land unter. Zum Schluss sprechen wir jetzt über Loxon. 2009 in Österreich gegründet, baut Loxon auf einer zentralen Schaltlogik dem Miniserver auf. Also ähnlich wie das Gehirn beim Menschen, kommen hier einfach alle Informationen des gesamten Gebäudes zusammen. Ist jemand im Raum? Wie ist die Temperatur? Aber ich habe nicht nur Informationen, sondern kann auch agieren. Ich kann die Beschattung ansprechen, die Beleuchtung. Ich kann somit, wie sage ich denn, ich kann Funktionen gewerksübergreifend kombinieren. Die Beschattung mit der Heizung oder Klima. Und je nach Anwendungsfall kann ich meinen Miniserver mit sogenannten Extensions flexibel erweitern. Von der Dimmer-Extension bis zur Relais-Extension, digitale Eingänge und so weiter kann ich alle Gewerke im Haus einbinden. Zumindest fast. Und der größte Vorteil für mich persönlich ist genau dieses Ineinandergreifen der unterschiedlichen Themen. Die breite Produktpalette, also von Tastern über Präsenzmelder, über eigene Leuchten, eigene Lautsprecher, Audiolösungen, schafft natürlich auch ein perfektes Zusammenspiel dieser Komponenten. Man mag ja über Apple denken, was man will. Hate it or love it. Aber wenn ich ein MacBook habe, eine Apple-Tastatur mir kaufe und eine Maus, dann weiß ich genau, dass die Produkte perfekt miteinander funktionieren. Genauso ist es bei Loxone. Ich kaufe einen Timmer und eine Lampe und dann weiß ich, da flackert nichts. Und das funktioniert einfach. Die App ist für alle Geräte kostenlos. Man stellt sich nur mal vor, man hat ja nicht nur die Handys, sondern dann hat man die Handys der Kinder, dann hat man nur ein paar Tablets, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, wie viele so Geräte bei euch herumfliegen im Haus. Die Programmiersoftware ist übrigens auch kostenlos. Und durch die vorgefertigten Funktionsbausteine können engagierte Loxoperten, so wie ihr es seid, mit diesem Kurs gemeinsam gewisse Anpassungen selber vornehmen. Die Programmierdatei, also die Programmdatei, befindet sich lokal im Schaltschrank beim Miniserver auf einer kleinen Speicherkarte, einer SD-Karte. Diese kann mit dem Benutzernamen und Passwort jederzeit ausgelesen werden. Und auch ein Fernzugriff auf das ganze System lässt sich durch die fertige Funktion des Remote Access sehr schnell und einfach realisieren. Das heißt, das ganze Loxone-System ist auch in keiner Weise von einer Cloud- oder gar Internetzugang abhängig. Sollte Internet bei mir im Haus jetzt ausfallen, dann kann ich sogar noch auf meine App zugreifen, wenn ich im Hauseigenen WLAN bin, also lokal. Natürlich fallen gewisse Funktionen wie Push-Benachrichtigungen auf unterwegs oder der Fernzugriff, also von der Arbeit, kann ich natürlich nicht aufs Haus, auf die App schauen, wann da gerade kein Internet ist. Aber das ist ja klar. Was ist jetzt aber die größte Schwachstelle des Loxone-Systems? Wir haben ja gesagt, der Miniserver ist wie das Gehirn des Menschen. Und man stellt sich zwei Ritter vor beim Kämpfen. Na ja, was passiert? Rübe ab, Ritter tot. Um es mal so salopp zu sagen. Das heißt, ein Ausfall des Miniservers, wie auch immer verschuldet, hat zur Folge, dass alle Produkte, Relais-Extensions, Dimmer, aber auch Taster, Bewegungsmelder, alles, was auf diesem Miniserver dranhängt, ist tot. Also ist nicht kaputt tot, sondern sie können nicht mehr miteinander sprechen. Ich kann am Taster nicht mehr das Licht einschalten. Auch eine defekte SD-Karte, wo das Programm gespeichert ist, kann so einen Ausfall verursachen. Natürlich kann aber auch ein Blitz einschlagen, also wo wir gar nichts dafür können, das System lahmlegen. Aber da gibt es ein paar Tricks, zum Beispiel das neue Lox Protect, ich verlinke euch da oben nochmal das Video, wie man Miniserver gegen Überspannung sichern kann. Es gibt dann auch noch andere Themen, wie wann macht denn mehr als nur ein Miniserver Sinn? Mache ich das in Industrieanlagen? Wie kann ich den Miniserver generell miteinander vernetzen, im sogenannten Client Gateway? Und viele andere Themen. Gerne in die Kommentare schreiben, wann man das in dieser Academy behandeln soll. Weiters macht es ja etwas den Anschein, dass Loxone ein geschlossenes System ist. Loxone Schalter, Loxone Präsenzmelder, Loxone Licht und, und, und. Heißt das, dass ich eigentlich gar keine anderen Produkte einbinden kann? Nein, denn Loxone ist sich durchaus bewusst, dass ich durch offene Schnittstellen auch die Welt zu anderen Produkten offenlegen muss. So gibt es beispielsweise sogar eine KNX-Schnittstelle. Ein bisschen limitiert vielleicht. Ich kann somit jeden KNX-Taster, aber auch ganz klassische Taster über digitale Eingänge im System einbinden. Und dann ist noch die Frage, was ist eigentlich, wenn es Loxone irgendwann einmal nicht mehr gibt? Bei KNX habe ich zumindest die 500 Hersteller, wo ich sagen kann, okay, jetzt gibt es den Taster von dem nicht mehr und der geht kaputt, na ja, dann kaufe ich halt einen Taster von einem anderen. Wie schaut es da bei Loxone aus? Stand heute gibt es über 200.000 Loxone-Installationen auf der ganzen Welt. 3.000 davon durften wir von Loxone24 umsetzen. Und Loxone wächst seit Jahren wirtschaftlich beispiellos. Die Firma wurde auch kürzlich als sogenanntes Unicorn deklariert. Könnt ihr gerne mal googeln, was das heißt. Das ist unter Investoren eine Firma, die Potenzial hat, um die Milliarde Euro Umsatz zu machen. Oder Dollar, aber ich glaube, da ist es dann nicht mehr so genau. Weiters ist die Loxone-Vertratung, die Bus-Vertratung, sehr zukunftssicher. Also würde theoretisch sogar ein Austausch des Systems in einem Gebäude möglich sein, ohne neue Kabel zu ziehen. Das alles in Summe macht Loxone für mich zu einem sehr starken Player auf dem Automatisierungsmarkt. Deswegen setzen wir als Firma auch in fast allen Projekten auf Loxone. In den nächsten Teilen dieser Loxo-Perten-Academy gehen wir im Übrigen auf die unterschiedlichen Themenbereiche wie Beleuchtung, Beschattung, Klima, Audio, Zutritt, Alarm, Zentralfunktionen und vieles mehr ein. Das solltest du auf keinen Fall verpassen, denn wenn du wöchentliche spannende Videos zu dem Thema sehen willst, abonnier unbedingt den Kanal und smash den Like-Button. Ciao! Bis zum nächsten Mal.